Hallo im Vektorgarten YouTube-Kanal. Ich bin Monika und in diesem Video erzähle ich euch ein bisschen über meine Praxis beim Freihand-Vektorzeichnen. Und dazu verwende ich eine etwas gemischte Vorgehensweise aus verschiedenen Werkzeugen und möchte euch vorher aber auch noch mal so ein paar Möglichkeiten zeigen, wie ihr in Illustrator so arbeiten könnt. Um Freihand zu zeichnen gibt es im Wesentlichen zwei Werkzeuge, nämlich hier das Buntstiftwerkzeug und außerdem den Pinsel. Nehmen wir hier mal das Buntstiftwerkzeug, beziehungsweise ich reiße das gleich mal ab und dann können wir uns da noch ein paar andere Sachen angucken. Der Pinsel ist dieses Werkzeug und dazu gibt es noch den Tropfenpinsel, der ja gleich Formen zeichnet. Ich habe hier kein Vakuum angeschlossen, wie ich überhaupt meistens mit der Maus zeichne und deswegen bringt der Pinsel eigentlich keine Vorteile. Denn das ist so das Einzige, was er zusätzlich macht, gleich die Eingaben vom Vakuum und anderen Tabletts zu benutzen und da eben das entsprechend zu speichern. Mit dem Buntstiftwerkzeug, wenn ihr da einen Doppelklick drauf macht, habt ihr eben den Regler für die Genauigkeit hier oben, wo man eben einstellen kann, ob es exakt wird, gibt sehr viele Ankerpunkte oder glatt wird, wird ein bisschen ungenau und gibt weniger Ankerpunkte, aber schöne glatte Pfade. Ich habe es meistens hier entweder in der Mitte oder auf dem Regler, so ganz glatt ist mir einfach viel zu ungenau. Außerdem könnt ihr hier bestimmen, was eigentlich passiert, wenn ihr weitere Linien zeichnet. Und hier ist diese Option, dass ausgewählte Pfade bearbeitet werden und dass die Auswahl außerdem beibehalten wird. Sehen wir uns das mal an. Wenn ich hier also irgendwas zeichne, dann ist er noch ausgewählt und ich kann hier rangehen und den ändern und hier auch einfach so weitermachen. Dazu gibt es ja noch zwei andere Werkzeuge. Mit dem kann ich es glätten und kann hier einfach mal so rüber gehen. Diesen Teil möchte ich geglättet haben. Dann werden da die Punkte etwas reduziert. Auch da muss man dann einstellen, dass vielleicht auch etwas mehr glätten. Also eine weichere Einstellung als das andere Werkzeug vorher hatte, dann wird es halt auch glatter. Und hier ist ein Werkzeug zum Löschen. Das heißt also, ich kann hier also Teile rauslöschen. So kann ich mich also nach und nach rantasten an das, was ich hier gerne zeichnen möchte. Das kann eventuell ein bisschen mühsam sein und es ist natürlich eine andere Arbeitsweise, als man es analog hätte. Diese analoge Arbeitsweise, die macht ein bisschen besser das Dynamic Sketch Tool. Das ist ein Plugin von Astute Graphics. Wenn ich das auswähle, gehen hier gleich diese beiden Panels auf und damit wird das Werkzeug eingestellt, mit dem einen und das andere sind Hilfehinweise zu allen diesen Plugins. Dieses Dynamic Sketch Tool, das funktioniert erst mal so wie der Buntstift. Das heißt, ich ziehe damit Linien und dann wird ein Pfad gezogen. Und ihr seht schon, da war dieser String. Den hat man ja inzwischen in ziemlich vielen Applikationen und der glättet den Pfad noch ein bisschen mehr. Und ansonsten haben wir hier aber auch die Genauigkeitseinstellung. Das sind diese beiden Regler. Mit dem einen wird gesteuert, wie häufig wird eigentlich dieser Pfad abgetastet. Das hatte Illustrator früher auch. Und da kann man das eben genau steuern, wie häufig man das abtasten will. Und entsprechend genauer wird das. Aber mehr Punkte werden auch gesetzt. Und das zweite ist ein Bügeleisen, mit dem ihr eben später über den Pfad geht, nachdem der Stift hochgehoben wird. Und dann geht Illustrator noch mal drüber oder in diesem Fall das Plugin. Hier steuert ihr die Länge von diesem String. Und ich mache den mal jetzt kürzer. Dann reagiert er ein bisschen genauer und man schleift das nicht so hinter sich her. Ich werde ihn aber jetzt mal ganz weg machen, denn ich brauche noch ein bisschen mehr Genauigkeit. Da haben wir nämlich hier oben noch diese Verhaltensweisen. Ihr seht schon, wenn ich da eine Linie ziehe, kommt dieses Zeichen davor, was eben kenntlich macht, aha, das ist also ein Strich, der mit dem Werkzeug gezogen wurde. Und was jetzt passiert, wenn ich mich so langsam an einer Form nähern will, das steuert ihr damit. Und da kann ich jetzt eben hier mich so ein bisschen ran tasten und das Werkzeug bildet dadurch so einen Durchschnitt. Das ist so, wie wenn man mit dem Bleistift ein bisschen stricheln würde. Die Genauigkeit davon kann man auch noch einstellen. Und das ist also hier in den Voreinstellungen. Und da könnt ihr eben hier die Distanz einstellen, die da eingehalten werden soll. Gehen wir hier mal rein. So und so tastet er sich hier eben etwas heran an das, was ich machen will. Außerdem haben wir hier auch das Verhalten so, wenn ich eben schon einen Pfad habe, wird er eben bearbeitet oder halt auch nicht. Und ihr seht schon, das wird hier auch noch ein bisschen besser mit dem Heranstricheln, weil ich eben jetzt erlaubt habe, dass der aktivierte Pfad bearbeitbar ist. Aber hier kann ich eben auch jetzt den Pfad weiterführen, so wie vorher in Illustrator. Dann haben wir hier noch was Schönes. Und das ist also, wenn ich hier so zwei zeichne, dann macht das Werkzeug automatisch eben dieses Abschneiden. Und dann kann ich hier auch noch Gesten einschalten. So und eben Sachen auch gleich löschen. Wenn ich die alle aktiviert habe, dann verhält sich dieses Werkzeug ziemlich so wie manuell benutzbare Werkzeuge, so wie man eben mit einem Bleistift zeichnen würde. Zusätzlich hat dieses Werkzeug aber noch was ganz Tolles. Und da müssen wir jetzt noch mal auf diesen Pinsel zurückkommen. Der benutzt in Illustrator ja die Pinsel Werkzeuge. Und wenn ich stärker drücke, dann kann ich mit dem Kalligrafiepinsel eben auch einen etwas dickeren Strich zeichnen zum Beispiel. Und das wird auch in diesem Pfad reingespeichert, nur das kann man nicht bearbeiten. Also wenn man das anders haben will und diesen Druckpunkt etwas weiter links oder rechts haben will, das kann man nicht mehr ändern. Und das Dynamic Sketch Werkzeug verwendet aber zu demselben Zweck keine Pinsel, sondern Breitenprofile. Breitenprofile kennt ihr ja wahrscheinlich. Wenn ich hier eine Linie habe, dann kann ich mit dem Breitenwerkzeug hier reingehen und eben genau steuern, was Sache ist. Und Dynamic Sketch kann das eben auch, indem es dazu entweder die Eingabe von einem Grafiktablett verwendet. Das kann man hier auswählen. Ich habe keins angeschlossen. Wenn ich eins hätte, könnte ich hier eben einstellen, dass mit dem Druck da ein entsprechender Breitenpunkt gesetzt wird und an der Stelle dicker wird. Ich kann das hier jetzt nur auf Sketching Speed setzen. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der ich zeichne, steuert eben das Ganze. Und dazu werde ich hier mal einen wesentlich höheren Wert eingeben und dann machen wir das mal. Und wenn ich eben jetzt die Geschwindigkeit ändere, mit der ich zeichne, dann ändert sich auch so ein bisschen diese Strichbreite hier. Das kann man hier noch steuern. Das heißt, ihr könnt hier so eine Kurve einrichten, mit der man das eben noch ändert. Sieht man jetzt, wie sich die Dynamik sich dadurch ändert bei diesem Pfad. Und das Schöne ist, man kann das Ganze bearbeiten. Das heißt also, wenn ihr hier das Breitenwerkzeug nehmt, dann werden diese ganzen Breitenpunkte sichtbar. Natürlich kann man das auch mit den Plugins weiter bearbeiten. Es gibt ja das Width-Scribe-Tool und damit kann man eben diese Breiten bearbeiten. Das also soweit zu den Voraussetzungen. Jetzt ein wenig zu meiner Herangehensweise. Und das ist eine Grafik, die ich eben manuell vektorisiert habe. Und das ist eine ganz unterschiedliche Herangehensweise. Zum einen sind da natürlich die nachgezeichneten Formen. Und ich werde das hier mal entsperren. Da haben wir also, gehen wir einfach mal alle durch. So, jetzt kann ich sie alle auswählen. Das sind jetzt schon alles Symbole geworden. Weil ich das später animiert habe, habe ich eben Symbole gebaut. Da können wir jetzt mal reingehen und uns die ansehen. Und hier sieht man das so ein bisschen, wie das gemacht ist. Das sind also sehr, eine sehr grobe Form und immer weiter verfeinert. Und interessant sind vielleicht diese Sachen, wo hier diese Linien reingehen. Die habe ich also nicht alle in diese einen Form reingezeichnet, sondern ich habe auch da eher mit groben Formen angefangen. Hier die in Türkis dargestellte Form. Und die Sachen, die dann darüber gehen, das sind eben einzelne Linien, um da diese Zeichnung reinzubringen. Und diese einzelnen Linien, wie gesagt, ich zeichne meistens mit der Maus. Ich habe die also mit dem Buntstiftwerkzeug gezogen und dann sind da jeweils eben Breitenprofile drauf. Und so entstehen eben diese ganzen Details da drin. So habe ich das immer gemacht. Das heißt also, auch an diesen Stellen hier unten sind eben im Wesentlichen diese groben Formen und dann gehen so rein und raus dunkle Linien und helle Linien in die andere Richtung. Und dadurch entsteht eben diese Zeichnung da drin. Gehen wir hier mal wieder raus aus diesem Isolationsmodus. Dann haben wir hier aber auch noch diese, die Oberfläche von dem Wasser. Und das habe ich gar nicht gezeichnet, sondern ich habe mir eine entsprechende Fotovorlage geholt und da diese Spritzer nachgezeichnet und sie dann eben überlagert über wiederum, das sind ganz normal handgezeichnete grobe Formen. Und ich habe da einfach diese Spritzer überlagert. Es ist also so eine sehr gemischte Geschichte, verschiedene Werkzeuge von Illustrator verwendet. Wenn ich sowas zeichne wie dieses Auge, da verwende ich meistens gar nicht die Freiformwerkzeuge, das wird sowieso nichts, sondern zeichne sowas auch dann mit dem Zeichenstift nach, weil es eben sehr viel genauer sein muss, als man damit machen kann. Und das sind eben mit dem Zeichenstift genau gezogene Punkte, die ich hier gesetzt habe. So gehe ich also vor beim Zeichnen und das waren so ein wenig die Freizeichenwerkzeuge von Illustrator. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klick auf Gefällt mir oder abonniere den Kanal und erzähl es gerne weiter. Viele weitere Informationen zu Illustrator gibt es auf meiner Website vektorgarten.de